Hier spielt The Legend of Zeran and Jonas Mask, die ultimative Harker-Vision. So, willkommen zurück zum Hardcore-Projekt. The Legend of Zeran and Jonas Mask. Und wir haben zu Mr.Foot begegnet. So ein blödes Tweeping dir kein Nutzen. Ich habe dir die Brüder abkennen, um es draus zu wehren. Hobo, warum das ruhige Gesicht? Ich starrte bist ein Feuerungsbeinacke. Alter, früher kennst du meinen wahren Namen. Ich weiß, dass du blöd bist, wenn ich nicht mehr bist. Und die Stadt finde ich ein bisschen dyssematisch, das glücklich. Weil ich bin Mr.Foot. Ich dachte mir, ich könnte ein bisschen mit dir spielen. Und das Spiel heißt, die Fortsetzung der Jahrschulprüfung. Alter, ich hätte sehr am Worten gesagt, aber... Hör auf mit deiner scheiß Realschule. Oh komm, du glaubst nicht, wie du könntest. In dieser Form. Scheiße, komplette Jahrschulprüfung, Alter. Ich will aber keine Realschulprüfung. Was? Hast du das nicht zuzuschreiben? Ach, haben wir selbst zuzuschreiben, ja? Ja. Du musst mindestens eine 3 schreiben. Bevor ich dir dann deine Rechte wiedergebe. Meine Rechte? Meine Rechte oder was? Frage Nummer eins. Kennst du noch das Allgemeinwissen von... Von was? Lass mich kurz überlegen. Kennst du noch das Allgemeinwissen von Aline Fischer? Ey, du bist so krank, Bengi, Alter. Nein, bin ich nicht. Aline Fischer ist geil. Sie ist wunderbar. Und sie wollte mich lieben und ehren. Dann steck mir die Olin Kuh ins Bett, verdammt. Nein. Wenn wir verbumpsen, hörst du die Schlager von uns. Und das wird ja nicht gut, ohne. Dieses Gesicht steht dir viel besser. Aber... Du bleibst du hier in einem Fischofilmhaus sehen. Viel Spaß. Bei Aline Fischerprüfung. Bei Aline Fischerprüfung? Seitdem hast du gelitten? Ja. Aber du hast noch mehr gelitten. Jetzt irgendwann habe ich gerade immer Lust durch die Nacht. Ey, wenn du dir da machst, Alter. Lob mir. Ich schlitz dir deinen Kehl auf, Bengi. Hey. Ich will ja nichts vom Atem, nur Atemlos durch den Puff hören, Alter. Hey, hey, Horror-Kid, warte auf. Ach, der ist auch böse. Gut. Also ist das schon mal Andrea Berg. Okay. Mr. Furze und Liede für dich heute. Du. Was hast du mir irgendwie getan? Ich wollte gerade Andrea Berg hören. Wenn du nicht wärst, dann wäre ich nicht von meinem Bruder getrennt worden. Jetzt kann ich bloß noch Wolfgang Petri hören. Und der sagt, weil der Lieder singt, der Spider-Dimancho Spider-Killmark. Du entsetzt nicht rum, Dig, Junge. Tu etwas. Hallo, Annalena Fischer. Du hörst auf Wolfgang Petri, verdammt. Nein. Verstaust du mich so an? Ich hör kein Wolfgang Petri. Habe ich etwas im Gesicht? Ich laube Blut von dir. Du musst dich schön ritzen, nicht wahr? Alter, ich ritze mich nicht. Kannst du ja nicht sterben machen, ich hab mir nichts vorsetzt. Hör auf zu lügen. Und mich anzustarren. Öffne dich über diese böle Tür. Ich will Andrea Berg hören. Bitte kommst du, Nef, du ist ein kleines Mädchen. Ein Nef, du ist ein kleines Mädchen, bitte dich. Ey, Bengel. Das ist mir so scheißegal. Da höre dich gefälligst. Oh. Oh. Jetzt müssen wir Lena Fischer hören. Scheiße. Ich will aber keine Lena Fischer hören. Das ist ein Krampen. Die ist scheiße, Alter. Mr. Foot, was hast du bloß getan? Mr. Foot ist stark. Oh. Oh weia. Na ja. Was soll's. Wollen wir Mr. Foot mal suchen? Hey, Worte ruf mich, du Arsch. Lass mich nicht zurück. Oder ich zwinge dich. Ab der Songs von Wolfgang Prelin der Fischer zu hören. Einem was davon geschehen ist sicher. Entschuldige mich also, nimm mich bitte mit. Ich wollte dir versprechen, dich nicht mit Schlagern vollzutexten. Wenn du mir hilfst, würde ich versprechen, keine Schlager mehr zu werden. Wenn du Mr. Foot gehst und uns Schlager, sag ich ja. Du würdest dann über diese Sorakette in Erfahrung bringen. Und vielleicht weiß er ja, weiß ich ja, wo es ist, wie es sich aufhalten könnte. Okay. Du Sturbi versprichst, nix über Schlager zu sehen. Und nix über, äh, was hab ich vergessen, was ich sagen wollte. Du versprichst, nix über den Fischer zu sagen und versprichst dich von Schlagern zu trennen. Klar? Ja. Gut. Gut, dann ist es abgemacht. Keine Schlager mehr. Und kein, und keine Lene Fischer mehr hören. Gut. Ich werde aber nur so dabei bleiben. Bis wir so gut davon haben. Na ja, netwegen. Wenn du mich dann mit deiner Scheißschlagern rodest, geht's nicht klar. Ja. Ja. Ich werde zu lange Schlager nicht hören, weil ich der netter Stuvi bin. Na ja, mein Name ist Thaar, also nicht mich, dich kennenzulernen oder auch nicht. Eh, wahrscheinlich werde ich dich nur ausnutzen. Ach, wir haben schon viele ausgenutzt. Nun, das war dann nun abgeklärt. Können wir uns dann endlich in Bewegung setzen? Meinetwegen. Wenn dich da fast zu viel gedrückt werden, dann gebe ich dich der Wicht auf dem HZU. Hoffentlich kommst du damit bis dahin klar. Der wichtigste ist, keine Scheißschlager und keine Lene Fischer. Dann ist alles nice. Oh, warte jetzt mal. Lustig. Okay, spreche ich nochmal. Hey, wenn ich nach dir rufe, solltest du besser nach Dings drücken. Ich habe jetzt meine Stimme für dich geändert. Weil ich mich auch für Lene Fischer trennen möchte. Gut. Dann sieh schon, du hast dich schon mal nicht an dein Dasein als Dekugan gewöhnt. Oh, das ist peinlich. Also gut, hör nun zu. Ziehst du in deiner jetzigen Form eine Dekugblume, drücke her und haltel. Und auf diese Weise kannst du ab Tag und ein paar Fahrsekunden wieder loslässt. Und dann lädt dich die Blume dich regelrecht an. Drücke A, wenn du schwebst, um dich zu landen. Danke. Äh, ja. Na, wer weiß. Eines noch. Siehst du, auf den letzten Grund und Boden kannst du mit A eine Wirbelattacke ausführen. Oh. Okay. Ich hoffe, du Stubi hast verstanden. Ey, Kind ist hier. Aber wir arbeiten zusammen, bis der Stubi besiegt ist. Dann kannst du, dann kannst du dann gerne deine hässigen Schlager hören. Ne, geht Dreck hier einverstanden. Dann soll das böse sein. So, Leute. Und wie es weiter geht, sehen wir, ne. Ach, noch eine Minute Zeit. Lassen wir den Stubi noch ein bisschen. So, warte. So, was sagt die Uhr? Warte, kann man hier auch... Kann man irgendwie speichern? So, noch. So, also mehr schaffe ich erstmal nicht. Weil die Windows 8 schon wieder rum ist. Aber Mr. Foot mal einen anderen Part besiegen. Aber Mr. Foot mal einen anderen Part besiegen. So, dann... So.